Hey, 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 Leute, willkommen zurück zu Energy Heal & Energy Space und der kleinen Story. Seit dem Update 3.0 gibt es ja auch natürlich auch eine Handlungs-Missions-Erweiterung, quasi neue Storys. Es gibt auch ein, zwei unter euch, die einfach nicht leveln wollen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber... Hey, ich habe eine Idee! ...ist ja kein Problem, wenn ihr nicht leveln wollt und trotzdem die Geschichte sehen wollt. Ach, ja, bin ich froh, dass ich das noch mitgeschnitten habe, wo ich da, ich würde jetzt sagen, durchgerannt bin. Nachdem ich das Videomaterial zwar gesichtet habe und gesehen habe, scheiße, doch so lange. Äh, ja, ich weiß gar nicht. Also, kürzen konnte ich es nicht. Gut, man hätte nur die Kämpfe zeigen können, ist auch blöd, weil man will ja die ganze Story sehen. Also, komplett wie man, ähm, wie man startet von level 90 bis level 95, ähm, die Handlungs-Missionen, die bis dahin freigeschalten wurden, jetzt für den Apfel das Update, die zeige ich jetzt auch am Stück. Jedoch habe ich am Anfang vergessen, äh, ja, den Ton einzuschalten. Deswegen unterspiele ich das jetzt ein bisschen mit Musik, bis dann die normale Story-Musik, bis ich die eingeschalten habe. Ja, zu den... Storys waren okay. Gut, ich bin jetzt einer mit der Stärkerin, äh, der konnte durchraschen. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwo dann Probleme habt. Ich hoffe nicht. Aber, ähm, so ein Blitz-Team ist schon ganz chillig. Am Ende wurde es schon ein bisschen schwerer, aber es war alles machbar. Ja, wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder, äh, irgendwo nicht weiterkommt, vielleicht kann man ja nochmal helfen. Mal gucken, ähm, ansonsten würde ich sagen, enjoyt die Story und, ja, hier könnt ihr sie euch wenigstens mal angucken. Ähm, ich habe ab und zu versucht, den Text ein bisschen länger einem zu blenden. Wenn er dann doch zu schnell weg war, dann einfach Pause drücken, ne? Kennt ihr ja. Von daher würde ich sagen, ähm, viel Spaß. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. und den handlungsmissionen ich hoffe der kleine ran hat euch gefallen wir sehen uns im nächsten video und 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 und